Jetzt wollen wir mal schauen, was der Volker macht, ob er überrascht ist. Der Ölschläger, der Volker. So viele Stufen sind das gar nicht zum Volker. Ach, da ist er schon. Ah, super. Super geil. Mehr hast du nicht gerechnet. Nee, auf jeden Fall. Sensationell. Jetzt willkommen. Ja. Wer mit zu Hause. Und ich werde dich heute abholen. Ja. Und dich zum Stadion bringen. Ich habe extra meinen dicken Wagen heute mitgebracht. Erdgas natürlich. Fantastisch. Und dann hoffen wir, dass wir heute die Dortmunder schlagen. Muss. Schön, dann lass uns mal einsteigen. Dann geht's los. Wir fahren, also nicht wundern gleich. Schön. Dankeschön, du bin ich lange nicht gefahren. Ehrlich? Also ganz, ganz lange nicht. Hier ist ja dann quasi schon die Straße zum Stadion. Jetzt nehmen wir das gleich schon rechts jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Da siehst du diese Penippel da, die gelben. Ja. Boah, der zieht aber gut. Mit Erdgasen. Das ist natürlich gut für die Umwelt. Mit 50 Prozent circa weniger CO2-Ausstoß. Und hier schont natürlich den Geldbeutel. Perfekte Mission, würde ich sagen. Perfekt. Dann geht's los. Ja, und jetzt fahren wir umweltschonend zum Derby und hauen die Dortmunder. So sieht's aus, Olaf. Ja, Volker, gegen den Rundgezug von Dortmund hierhin. Super, danke für die Fahrt, klasse. Hat Spaß gemacht. Mir auch auf jeden Fall. Und jetzt geht's los, habe ich gehört. Und jetzt verabschiede ich dich und du gehst in die Halle. Viel Spaß. Alles klar, Olaf, danke nochmal. Tschüss. Ciao. Hey. Wie geil ist das denn? Komm rein. Ralf, grüß dich. Alles klar? Ja, wunderbar. Jetzt auf jeden Fall. Ja. Geil. Ja, ja. Wir haben ja was, heute ist halt ein großer Tag. Wir haben was Schönes für dich vorbereitet. Ja, super. Ich hoffe, du hast hier eine Menge Spaß mitgebracht. Und auf jeden Fall, ja. Ja, und auch vor die Spannung, wie ich das hier so sehe. Hast du schon gesagt, dass ich ein richtig schlechter Verlierer bin? Ja, alles andere wäre auch in deinem Grupp falsch. Mir ist warm. Leckere. Bei Unentschieden kriegt ihr eine Karte? Oder wie ist das? Das war unser Druck. Da bringt man die besten Live-Sorgen. Okay. Ja, das war er nicht. So, um die zwei Tickets ging's. Ja, scheiße. Also, tut mir echt leid, mein Schwiegervater wird sich freuen, aber da er schon Karten hat und eh bei uns im Stadion immer ist, würde ich dir die zwei Tickets trotzdem geben, obwohl du Haushof verloren hast gegen mich. Ja, komm, okay, geil, auf jeden Fall. Ich hoffe, du freust dich. Super, 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 geil, mega gut. Für dich, viel Spaß. Fantastisch, ja, klasse. Und ich schrette dir die Kehlhausen live. Wie immer, wie immer. Glück auf Volker, komm rein in die gute Stube. Herzlich willkommen in der geilsten Stadt der Welt. So sieht's aus, geil. So, aufgeregt? Ja, das ist natürlich auch der Moment, wenn die Mannschaften einlaufen, sei immer der Schalke-Spieler in sich. Wenn das hier nicht kribbelt, wann dann? Ja, ja. Hat's dir gelohnt, der Tag bis jetzt? Unglaublich, da kann man ja alles gar nicht in die Worte fassen, ne? Wahrscheinlich werde ich irgendwann in zwei Tagen erstmal raffen, was ich alles erlebt habe. Die Zauberworte sind F10 Schalke 04. Geilste Glück der Welt, Punkt. Muss man auch mal stehen lassen. Ist so einfach, ne? Komm, mir Platz. Heute ist der Dörby, der 150. Puh, was sagst du? Schwere Nummer, aber ich sag mal, ich denke immer positiv. Letzte Spiele waren ja gut, Leidenschaft ist da und wenn sie so kämpfen, ist was zu holen. Definitiv. Also, dass wir die drei Punkte hier behalten. Drei Punkte wären wichtig. Könntest du auch mit einleben. Also, ich nicht? Ne, nein. Also, ich meine, wir wollen ja noch oben angreifen in die Europa-League-Plätze, da müssen wir punkten. Also, herzerreißendes Fußballspiel, Emotionen, alles geben und am Ende des Tages gucken wir mal, was rauskommt. Ja, wäre gut. Auf jeden Fall. Ich bin immer noch total geflasht. Heute Abend sind wir schlauer. So sieht's aus. Volker. Geile Nummer. Geile Nummer. Vielen Dank, dass du hier bist. Gib auch du alles. Immer, immer. Danke, danke an Schalke auf jeden Fall. Richtig geile Nummer. Danke an Gazprom, dass ich das hier erleben durfte. Das werde ich nicht vergessen. Ist der Hammer. Glück auf. Glück auf. So sieht's aus. Geil. Die Spannung ist frei. Los geht's. Großartig. Danke nochmal an Schalke und Gazprom für dieses umwerfende Erlebnis. Werde ich noch lange von zehren auf jeden Fall. Geile Sache. Danke dafür.